Leute, ich wollte gerade immer Doppel spielen. Und dann, was macht mein Handy? Diese Ecke hier, ne? Wartet. Ich kann gar nichts machen. Ich muss eben was alles loschen. Ja, das ist aber zu sehen, weil... Wir machen Tost-Trade, warte. Okay, ich filme noch. Also, ich filme noch. So, ich versuche jetzt noch mal, in Lade mit mir reinzugehen. Also, mein Unser kann ich jetzt sehen, oder? Das ladet noch. Da oben ist mein Unser. Und ich dritte jetzt meine, ähm... Einfach an bei... Ich hab etwas gedacht, aber... Ich geh irgendein Milchchen drin, aber bei... Ja, ähm... Das wird cool sein. Ich hoffe, dass ich mit ihr Tost-Trade machen kann. Obwohl... Kann ich mit ihr Tost-Trade machen? Keine Ahnung. Mal gucken. Das sind mehr... Ich bin eine Minute lang. So. Ich mach gleich einen Chat füllen. Ich sympathiere sie jetzt einfach. Ich hab hier meine Pads, ne? Und wenn ihr mir Tost-Trade machen wollt, hier... Ich hab viele Pads... Anstatt Päckchen, Kinderwagen, Essen... Fahrzeuge, Spielzeuge... Ich hab mehr Pads... Geschenke... Ja... Ich hab mehr Pads als... Meine Schwester... Also meine Schwester ist das nicht, sondern... Meine Schwester heißt anders... Nein... Nein... Die gehen mal weg... Die gehen mal weg... Die gehen mal vor, die hier... Die gehen mal weg... Ich hab mehr Pads... Da... Ja... 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 Leute... Meine Schwester hat ein anderes Mädchen gemeint, also nicht nur ein anderes Mädchen. Sie dachte, ich war da, aber nein. Das war ein anderes Mädchen. Es ist so sexy. Oh mein Gott. Ich will das noch kurz mal raus. Ich will das mal gucken, weil das hat sie. Das hat sie so groß. Oh mein Gott, sie hat das? Oh Gott. Das ist so groß. Das ist so groß. Oh mein Gott. Ach so. Ich bin wirklich klar. Ja, mir hat es ja meine Schwester, das geht. Ähm, meine Schwester ist noch meine Schwester, weil ihr Handy. Ich, ja. Ich will gleich mit ihr Trostrad machen. Das habe ich mit der Karte später. Ich hätte es nicht mehr gedacht. Das war genau. Wieso? Braune Haare. Braune Haare. Ja. Das hat sie jetzt nicht mehr. Das hat sie jetzt nicht mehr. Ich hatte mit ihr auch schon mal Schwester-Trade, also das kann man mal wählen. Ja. 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 Seht ihr, ich kann mal in die Trades gucken. Das war auch mal hier. Das war ein Scam. Ja, also. Ja, aber das war eigentlich. Du musst mal Abstand sein. Ja, du bist nicht. Abstand gehoben, ne? Ja. 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 Also, sie meinen jetzt immer anderes Mädchen, weil ihr Mädchen die ganze Zeit so nah bei mir dran ist. Das sehe ich bei ihr Handy. Ähm, ja. Ja. Ich verstehe gerade nichts. Weil ich bin ja mit einem Stift unterwegs anstatt mit meinen Händen. Ähm. Ich weiß, ich bin lustig. Bin ich wild oder poor, Leute? Bin ich ein guter, weil ich hab irgendwie nur zwei Sachen. Nur zwei. Abstand, Fiona. Ich weiß nicht, Dirk. 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 Nein, oder so. Ah, ich weiß nicht, Dirk. Dirk. Ja, wir machen jetzt, Dirk. Ich muss trainen mit einem anderen Mädchen. Okay. Ich traile jetzt sie. Okay, wir haben eine gute Pets. Ja, ich gebe einfach meine gute Pets rein, die ich habe. Abgelegen diese Frage, deswegen... Was gibt es für den Film? Ähm, ich teleporte sie jetzt einfach. Ich bin mal einfach wohnen für die Spuren. Ja. Also, ja. Ihr könnt sehen wie ihr Name. Okay, ich muss etwas teleportieren. Ich muss teleport, ich muss teleportieren. Ich weiß nicht, was sie ist. Bist du? Ja. Ähm. So, ich muss jetzt alle meine Pets ausprobieren. Das ist irgendwie schlecht. So, wir dürfen alles jetzt ausprobieren. Guck mal, ich habe irgendwie Angst, dass sie mich jetzt scannen, ne Leute? Weil... Es gibt einen Party-Scan. Ein bisschen. Okay, wir warten. Mein Gott, nein. Oh mein Gott, Leute, das ist gut. Aber ich weiß nicht, ob das fair ist. Leute, ich habe Angst, dass sie jetzt scannen, weil da ist... Danke. Du schaust mich nicht. Du schaust mich auch. Du schaust mich. Ich hab dich. Du schaust mich dann nicht. Okay... ich hab anscheinend die Pats ausprobieren so hier ist die Maki ja, da hast du dann Leute, die hat mich gescammt oh nein oh nein oh nein der ist so cute ja ja der ist so eine Brite der ist so eine Brite okay ist so cute ist so cute süß ja, ist auch ganz gut nein ja ist auch cool ja ja okay, ich schalt sie wieder an Wann? ich geb dir wirklich alle Panseln okay okay warte, ihr könnt mich wirklich vertrauen ich scame mich jetzt sehen und ein Problem okay ne nein red panda red ich bin 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 ne ne es ist ne 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 Okay, so... Okay. Ich bin schon. 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 Ja, deswegen könnt ihr mir immer vertrauen. Also ich mache mir jetzt hier das Spielzeug. Könnt ihr sehen, wir haben wirklich eine Schusszeit gemacht. Ich sehe gerade noch. Ja, hier. Könnt ihr sehen, ihr Opfer? Ja. Jetzt seht ihr, ich habe ihr meinen Red Panda gelegt. Sie gibt mir aber ein Red Panda. Ein Red Panda. Ah, genau. Erst haben wir angefangen. Ich gebe mir meine Pets. Ähm, so. Dann habe ich ein Aufsehen. Sie hat mir die ja gegeben. Und dann... Blümgel. Das ist doch... Ne, nein. Okay. Okay. Äh, äh. Äh, äh. Ich guck erstmal, ob der zu Red ist. Nein. Nein, ich hab schon. Warte, aber warte mal. Ich guck mal, ob ich den schon... Aber ich hab den schon. Oh, sorry. Warte mal. Ist nicht meine Freundin? Warte mal. Warte mal. Warte mal. So. Warte mal. Ähm. Warte mal. Genau, Leute. No wine. Ja. Ja. Wenn ihr ein Opfer für den Bad habt, dann schreibt es mir. Für diesen neuen Bad. Da gibst du nicht mehr, aber ich verlose den. Der Gewinner bekommt diesen Rye Bad. Ja. Bye.